es gibt ein grundstück es gibt grundstück lol wer bewegt sich ja sogar ich hatte fast jetzt 7 von 8 ok der raum ist gefährlich der fisch tut mir weh und aktiviere dich und dann einmal die blaue und die glieder oh ja wir sind weiter interessanten bilder ich habe auch das see ich habe sticks ganz viele okay cool ich habe nichts ich habe ich habe das erste ok cool was ich noch gefunden habe ich bin heraus ich bin herausgegangen ich habe mehr fehler gefunden dann habe ich gemerkt dass hier bei jern sind und dann habe ich gemerkt dass wir unten schnee muss zum schnee hin zitat des tages was mich richtig misstrauisch immer macht wenn man hier so reingeht und man sieht hier hier ist aber nichts das macht aber richtig misstrauisch man sieht dass hier nichts ist es ist so da halt hier kommen wir ja warte ok schade ähm ja da bin ich gerade hinten dran sein meiner nein da war ich gerade das war überhaupt oh neil hier oben slimeball ok ok hier ist der aufzug ah ja interessant ok cool aufzug 3 ach ich bekomme hier geht's nur noch hier gehen das ist die dritte etage ach das ist die dritte etage ah interesting ok 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 ähm hol mal den slimeball ich hole ihn ran ich habe nämlich eventuell noch was weil ich habe eine hand wo hast du das teil heißt wirklich hand das habe ich vorhin irgendwo gefunden ich weiß nicht mehr wo wo hier irgendwo in dem raum in irgendeiner kiste muss man sich auch hinter einem block man muss ja noch nicht das teil denn das ist kein tageblock nein lol bitte was geht jetzt auch falsch den 1 hm ja das müssen wir wohl noch was anderes suchen oder so ah ne irgendwas kraften ich habe noch mal cream ah lol ok und was machen wir mit dem slime ding weißt du wie schön das eigentlich eine aufnahme ist ich werde hier immer wenn wir rumlaufen äh cuts machen die als zuschauer denken oh die haben das sofort gefunden in wahrheit laufen wir hier aber stundenlang rum und haben kein klar was wir hier machen oh ah nice nice boom bedroom oh hier ist ein emerald block gg also hm sonst steht noch nix druckplatte crafty goldblock müssen ein goldblock kraften steht hier ich habe einen block of iron ah boah wahrscheinlich alle erzböcke jetzt diesmal ja oh ich habe gerade das bett ein bisschen kaputt gemacht passt oh ne nevermind ähm äh ich habe gold ok blöcke was ist gerade passt lol guck mal das ist eine gold dusche oh mein chl lol so eine gold dusche kann ich einfach rechts knick gedrückt halten ich habe zwei gold blöcke ok nice ich frage mich was müssen wir dann mit denen machen wo müssen die hin aha ich habe was oh lol haben die er block nice ist immer schön für die zuschauer für die ist es nur ein cut aber wir laufen hier stundenlang rum und haben keine ahnung was wir machen sollen warte mal ähm wenn du auf den äh konnte ich rum guck mal in den barrel rein hier steht input ok sehe ich ja nice ne erzböck ok wo haben wir jetzt einen raum haben wir raum können wir hoch ne wir können nicht ok mhm war das hier schon die ganze zeit ich glaube nicht war's nicht das war der raum wo ich mich aufgeregt habe dass hier nichts ist lol ja exakt oh lol ähm clue all items you'll need will be find within barrels exclusively cool ach du kage das macht's nicht besser dann looten wir erstmal alle barrels ich hab cobblestone ich hab Holz und alles und gunpowder ich hab oak planks und auch gunpowder ich hab nochmal oak planks auch was hier craft all types of minecarts auch wir müssen alle minecarts auch wir müssen alle minecarts Typen haben ja oh lol hier ist ne die cave spider hat iron nuggets gedroppt oh lol ähm ähm hey das ist gut okay so kriegen wir schon mal die minecarts zusammen das ist gut wir brauchen nen tnt minecarts ich geb dir mal meinen gunpowder ja gib mal welchen gunpowder hast du ich hab jetzt zwei warte was haben wir bisher alles minecarts und haupte minecarts minecarts ja minecarts war für chest tnt und furnace brauchen wir das trick hier alle zu finden oh man ja oh da ist noch einer versteckt wir haben noch nen gunpowder wir brauchen jetzt nur noch sand finden wir haben alles gunpowder ich hab nochmal nen koppel und nen sand gefunden ja puh ich hab ein holz gefunden als ob wir hier noch nicht reingeguckt haben lol und nen sand ok ja ich mach schon mal das tnt minecart fertig ja tnt minecart dann kann ich auch gleich den äh fuh den ofen machen wir brauchen jetzt nur noch das minecart mit der kiste sofort es wird irgendwo ein barrel sein den wir noch nicht anguckt haben wo ist denn hier noch ein barrel ah verzweifel langsam irgendwo einen ich hab ihn gefunden ich hab ihn gefunden er war hier unter der kiste unter der kiste hey ich dachte dann hätte ich ok oh mein gott vor allem den hinter der kiste haben wir angeschaut ja unter der kiste nicht ich hab ihn gar nicht erkannt weil der hat sie der hat sich richtig gut getarnt ja also dann ähm haben wir jetzt andere minecartes und unlocked final floor das ist jetzt die vierte etage ja mein gott ich denke schon los geht ok vielleicht ja ha 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 cooler fahrer cooler fahrer wir müssen wahrscheinlich erstmal zu dem floor hinkommen dass wir ja 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 wir können jetzt hier hoch ok 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 warte warte auf mich ok ich warte ich habe schon was gefunden aber das ist auch nichts besonderes man kann einfach nur hinter das bild und hier ist einfach nur ein clue und endcrystal endcrystal einer von vier kann man auf kann man auf bedrock platzieren ok ich habe hier zeug gefunden oh ok wir müssen zeug finden interessant ok wir müssen zeug finden hoher wenn sie das erwarten bei dieser map ok warte ich habe das gefunden ah so ich habe noch einen endcrystal gefunden nice ich habe einen creeper kopf gefunden aber ich habe keine ahnung wie ich da hinkomme komm mal ins badenzimmer ich war ja noch gar nicht warte komm ins badenzimmer oh schön ok hier war ein clue wo ist der anything fishy about that our mirror da ist keine orangenen blumen drin das heißt da sind zwei orangenen blumen beiden ach so auch und was ich auch also hier sind erstmal barrels oben und hier bei der trapdoor ist irgendwas da kann man irgendwie hoch ok hier ist noch ein endcrystal in dem barrel nice mit haben wir drei von vier jetzt wahrscheinlich kommen wir da noch raus und da hinten dran ist ein creeper kopf ich sehe es ok cool ah da war ich auch noch nicht hab ich hier nicht was hier ist ein barrel mit ok ich habe alle vier endcrystals oh mein god ähm den oh was wo kommt der denn her was hast du getan ich hab ne 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 kaktus was hier ist eine rocke ist rot die brauchen wir doch für das war es ja ok ich tue sofort das ball zu machen und ich hab ne kaktus und wimers geraten skull so wir wollen auch ne orangenen blumen das war ok respawn point set wo ist ja noch ne orangenen blumen ich hab ne okay wo nichts drin steht da ich hab die orangenen blumen gefunden so ok komm mit ähn ok o jo das ist das spiel funktioniert nicht mehr das ist cool drück mal f 5 ich hab ne schöne figur hab ich ich glaub ich soll in dem raum ist gerade nicht sie sollten wir müssen da irgendwie hin ja 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 wird erst im anderen raum weitergucken ich habe nichts ich habe es geht es gar hier hier ich glaube ich habe den weg ins bad gefunden aber erst durch den scan ist das ist das ja okay okay komm mit dem ja okay das ist ja durch die röhre ich habe den creeper jetzt dieser creeper kommen wir weiter okay und das ist dann der rückweg okay alles klar okay okay dann durch den creeper hat uns fehlen aber immer noch drei es ist schwer also hier hinten ist ja noch ein zombie kopf kommt irgendwie nehmen hier oben ist eigentlich nur deku glaube ich ja den klub besprochen schon ich sehe so wunderschön aus wenn es sich auch so was ich nehme das mal nein ich kann so ich kann ihn abnehmen perfekt warte mal müssen player hat auch dahintun irgendwo das ja wir stimmen ist der play hat war eins er war eins er war noch zwei ich weiß wie wir eine zombie hat holen können wie schwerer kann zombie köpfe abbauen okay okay dann fehlt uns noch einer fehlt noch es sieht aus wie der ender drach oder so oder endermann oder endermann also wie gesagt ich habe hier vier endquistals und die kann auf bad rock geplaced werden halt mal ausschauen nach bad rock ja ähm ha was such mal ein bisschen hilf euch moment ähm okay ja da hast du deinen bad rock okay cool ja also dann ähm kurz herrung ich glaube das ist das ende das war das wollen wir gerade der ender dragon theoretisch ja aber ja müssen wir jetzt gegen den kämpfen ähm ich vielleicht ich platziere den letzten jetzt mal bist du bereit afraid mhm mhm oh no was ist hier los ich hab jetzt noch ein schlechtes gefühl denn ich hab da an sehr schlechtes gefühl ich hab da ein ganz mäßiges gefühl was ist hier los und nein ähm der ender drache ist los ähm das real ist aus der ender dragon ist tot wir kriegen gleich einen drachentropf glaube ich oder müssen wir noch einen hit machen ne der ist tot der fliegt bald runter oh Achtung Der ist nicht tot. Ich glaube, wir müssen noch einen Hit machen. Ich hab noch meine Hand. Deine Hand! Hast du einen Pfeil? Nein! Ja, scheiße. Warte, ich mach ihn, ich mach ihn. Ich mach ihn, ich mach ihn. Warte. Kill ihn. Mach ihn tot. Oh Gott, er hat mich abgefunden. Okay, warte. Komm her! Ja! Gott sei Dank, wir haben den Ender-Drachen besiegt. Nein, 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 das ist jetzt mal aber egal. Egal. Wir haben den Ender-Drachen besiegt. Okay, komm rein, Cotterium. Oh. Ah, okay. Wuh! Cotterium, wir haben Minecraft durchgespielt. In einer Adventure-Map, in der wir aus einem Haus raus mussten. Äh, ja, ich bin... Hast du irgendwie einen Drachenkopf oder so? Ich hab einen Drachenkopf bekommen. Oh mein Gott. Das ist der letzte Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach eine krasse Map, Junge. Ich hab noch nie eine Map gefunden, wo es Teil der Map war, den Ender-Drachen zu killen. Das ist echt... Das ist echt eine schöne Map, finde ich. Okay. Oh mein Gott. Ich setze ihn jetzt hier. Bist du bereit, kurz zu hierher? Das ist der letzte Raum. Das ist nicht der letzte Raum. Das ist nicht der letzte Raum. Wir können nur mit dem Elevator in die nächste Etage... Oh mein Gott. Der letzte Stock. Der letzte Stock. Ich bin so hyped. Die Map ist so gut. Die Map ist genial. Oh mein Gott. Komm rein. Ja. Los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist also der letzte Stock jetzt. Okay, nice. Man kann den Globus hier drehen. Hand mal rechts, links gedrückt. Lol. Das ist cool. Oh mein Gott. Das ist cool. Das steht keep going im Chat. Okay, ich keep going. Warte. Ich drehe ihn weiter. Oh mein Gott, er bewegt sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat was kaputt gemacht. Okay. Ich habe einen Notchapel. Was hat uns das mit dem Globus gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe was rausgefunden bei den Bookshelves. Was hast du herausgefunden? Mach mal rechts, klick auf die Webstühle. Oh lol. Okay, machen wir jetzt mal bei jedem rechts hier kurz. Da kam gerade ein Clou raus. Ne, Banner-Pattern-Ender-Dragon. Lol. Ich glaube, es war tatsächlich schon alles, was mit. Er, kann man mit? Ich habe Banner-Pattern-Ender-Dragon. Ich habe nämlich hier einen, hier geht es dann gleich weiter. Hier müssen wir gleich irgendwas rein tun. Wenn man hier drauf fliegt, dann kommt ein Wildschlern-Neues auf den Banner. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich mit Bannern machen. Banner, ich habe, schau dir das Banner an. Oh, das ist ein Pattern, ja. Ja, stimmt. Wahrscheinlich müssen wir noch mehr Pattern finden. Ah, der Kaktus ist rot. Der Kaktus ist rot. Wo ist das rote? Da ist das... Ne. Warte, den Kaktus habe ich von woanders, glaube ich. Hier ist blau. Schmeiß da deine Rüstung rein. Ja, warte. So. Mach auf hier. Ich glaube, das... Da war ein Hint, wo du es gesagt hast. Just saying. Mach nochmal. Ich mach mal die hier auf. So. Ich wollte rechts nicht gedrückt haben. Ich glaube, war das cool. Ähm... Oh. Och. Ja. Okay. Ach. Okay, nice. Okay, cool. Ich brauch Papier. Ich brauch Papier. Ich hab Papier. Ich hab Papier. Gib mir Papier. Wofür? Zeig mir. Banner Pattern Fing. Oh, okay. Ich hab's nicht schon den Gold-Apfel. Ah. Ah. Der Gold-Apfel-Banner Pattern Fing. Weißt du was? Ich hab vom Globus ein Globus-Banner Pattern bekommen, hab ich grad gemerkt. Hier ist ein Blauer. Okay, nice. Oh, das sieht cool aus. Nice. Das sieht richtig cool aus. Ist das Vanilla Minecraft? Ich weiß nicht, ich glaub aber nicht, oder? Ich glaub nicht, ne. Wir brauchen auch noch ein gelbes. Okay, gelbes. Hinter diesem Painting ist ein Clou. Schau dir nicht an, folg mir einfach. Okay. Stell dich hierhin. Stell mich hierhin. LOL. Okay. Das war der gereine Raum. Oh mein Gott, da wo wir vorbeigefahren sind. Was war da grad drin? Ja, ein Banner Pattern, natürlich ein gelber. Yeah. Wait. Okay. Wie kommen wir wieder hoch? Mit den Knöpfen. Wir sind auf drei. Wir müssen auf zwei wohl. Und dann hier auf vier, ja. Okay. Ähm. 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 Fast schon. Okay. Fast. Ich glaube, wenn wir das machen, öffnet sich dahinten die Eisentür. Komm mal mit. Knops auch. Oh. Ah, ne. Hier ist noch ein grünes. Hier ist noch ein grünes. Hier ist noch ein grünes. Das habe ich komplett übersehen. Uns fehlt noch eins. Okay. Wir können mit einer Blume eins machen. Oh mein Gott. Hast du noch Papier? Ich habe kein Papier mehr, ne. Ich weiß, wo noch Papier ist. Ich weiß noch, wo Papier ist. Oh mein Gott. Ja. Ne. Ich hätte auch noch. Wir brauchen eine Oxidee. Da ist es. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe eine. Let's go. Yes. Oh mein Gott. Ja. Ja. Warte, halt. Es ist das Blaue. Wir brauchen noch eins. Haben wir gerade ein falsches gemacht? Ne, wir haben ein richtiges gemacht. Es ist hier hinten im Waschraum. Hä? Hallo, stimmt. Hast du einen Creeper-Kopf irgendwo? Ah, hier ist noch eins. Ne, ich habe keinen leider. Wir brauchen einen Creeper-Kopf. Oh Mann. Okay. Gucken wir da mal weiter. Wir brauchen irgendwoher einen Creeper-Kopf. Die Frage ist nur, woher? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sogar die Arme wollen wir da hin. Wie war die nochmal? So warst du. Ne, so warst du nicht. Sicher? Hier hat irgendwie was gefehlt bei dem oder so. So war es, ja. So war es. Da ist der Creeper-Head. Warte. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Wir brauchen noch ein Stück Papier. Da, da ist Papier. Yes. Nice. Yes, yes. So, Creeper-Bonner. Zum Grünen. Okay, oh mein Gott. Ja. Wir haben es. Bist du bereit, gottieren? Ich bin sowas von ready. Escape. Ich glaube, das ist das letzte Level. Komm rein. Was brauchen wir hier? Was ist das? Take a quickest route outside of the house. Escape the house. Müssen wir einfach nur rausgehen? Ja, inzwischen, Träumer. Escape the house. Oh nein. Oh, ich sehe es. Warte, müssen wir zum Aufzug vielleicht? Warte, warte. Geht sie raus? Oh mein Gott. Komm raus. Es gibt mehrere Wähler, tatsächlich. Oh mein Gott. Yes. LOL. Nice. Das war eine richtig nicee Map. Also, die war echt nice. Wir haben ja schon einige Escape Maps zusammengespielt. Aber die war mit Abstand die beste. Das stimmt allerdings. Wenn es dir auch gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du die Map auch spielen möchtest, guck einfach in die Videobeschreibung. Da ist er natürlich verlinkt. Und guck doch gerne beim super tollen Quaterium dabei. Ohne ihn hätte ich diesen Map natürlich nie geschafft. Er ist so ein krasser Boy. Ich bin richtig krass. Ja, ja. Aber du bist auch krass. Teilweise hast du gefühlt alles gefunden und ich so... Die Map war mega gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir müssen aus deinem Haus rausgehen. Way. Yeah. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020